Jo Leute und damit willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja nochmal nach Mörs sind und die, ähm, die, 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 die Baupläne gemacht haben, haben wir ja dieses Fischhaus, da haben wir ja nochmal ein bisschen Rangeln bekommen, den konnten wir hier nochmal angeln jetzt, deswegen sind wir hier. Wir haben noch eine Moschee abgegeben, wir hatten 30 Stück, dann haben wir so ein paar Begein jetzt, der gut ist. Ah, hier kommen wir ja nochmal auf den Berg, ne? In die Archive, ach nee, das ist in die Archive gewesen, stimmt ja. Machen wir aber mal. Und ja. Ah ja, hier kommen wir ja wieder raus. Hat mir auf den Gletscher geflochen einen Punkt? Oder war das direkt ein Level? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, war nicht. Weil so viel hier ist, ne? Und die Muck ist geil. Das Level haben die in ihr vorheriges Spiel schon gehabt. Auch mit der Musik hat Kollege erzählt. Oder halt echt, der ist nun richtig abgefahren auf dem, auf das Spiel. Also so richtig nerdig unterwegs. Aber ich find's cool, weil das Spiel auch ein Geniales. Jo. Ich frag mich immer noch, wie man zu der anderen Stelle hinkommt. Hm. Ich würd's nämlich gerne mal aktivieren. Wee. Aber ja. Wie gesagt, dadurch, dass wir das Artefakt jetzt haben, mit dem Paraguay, dass ich das wusste mit dem Paraguay, weil das ja er mir geschrieben hat. Ach, naja. Und? Die haben ja auch einen Preis abgesandt, die auf Stars. Finde ich cool. Sehr cool sogar. Vollkommen verdient. Hm. Duh, 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 duh. Plansch. Hm. Plansch. Wie kann man denn da nochmal hin? Duh, düh. Ach. Boah, bin ich doof. Ich bin so ver... Ich hab's halt vollkommen vergessen, ne? Naja, passiert. Ding, ding, ding. Wir müssen's wieder aktivieren, ne? Waaah. Toll. Naja, was soll's? Bevor wir hier... Boink. 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 Okay. Nice. Ich war nur voll konzentriert eben, deswegen hab ich nix gesagt. Sorry. Boink. 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 Blöd. Warte mal. Wollte ich gerade sagen, ist das hier hochgegangen? Nö. Hat sie so angehört. Zack. Das ist halt echt ein bisschen blöd, dass sich das alles zurückgesetzt hat. Selbst das hier. Naja. Dann müssen wir das wieder aktivieren. Ich habe vergessen, dass der Höhen-Eingang hier war. Warte mal. Die Ungu, die Ungu. Die Ungu, die Ungu. Jetzt müssen wir auf jeden Fall so machen, wahrscheinlich. Und das. So. Glaube ich. Blanchi, blanchi. Äh. Warm, warm. Warte mal, wie kommen wir denn nochmal hoch? Ja. Warum mache ich denn mal so einen Schwachsinn? Oh Mann. Wie kriegen wir das denn hier höher? Oder geht das? Warte mal. Ich muss das jetzt mal aktivieren. Und dann hier. Oder ist das drüben dann auch hoch? Ja, ist es. Okay. Ist es? Das ist so rum. Okay, verstehe. Wow. Ich bin so doof manchmal, ne? Probier. Manche sehen ja nicht immer ganz aus. So. Schnell rüber. Geschafft. Aber geht doch. Junge, ey. Was für nackt. Ups. Ich habe den gepustet. Na komm. Die ultimativen Attacken von denen, ne? Und tschüss. Zack. Machen wir das noch. Zack. Und weg. Das ist ne Truhe. Schillernder Kristall. Was ist das denn? Der Zeug der Kampfbeginn eine weitere Stärkungsladung. Angriff oder Hinterhaken. Okay. Ja. Angriff oder Enter. Hier haben wir noch eine. Den. Den. Das haben wir denn hier. Nachdem ich endlich gescheckt habe, wie das funktioniert hat. Naja. Manchmal ist das so, ne? Manch. Du, 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 du. Niu. Zack. Dann einmal speichern. Hier. Aber sonst überschreibe ich immer zu sehr die Sachen. Das möchte ich nicht. Also, bevor ich gekündigt habe, ob die Aufnahme auch in Ordnung ist. Kann hier nicht ganz schnell passieren. Deswegen gehe ich immer auf nochmal sicher. Aber ich bin auch froh, dass es mehr Speicherstände hat. Ähm. Alles gut gegangen. Kein Schatz fehlt. In Dschungelfahrt. Kein Schatz. Okay. Schnecke fehlt. In Fragezeichen. Stillteichinsel. Okay. Da fehlt auch was. In Mundküttel. Was? Da fehlt was. Da fehlt was. Da sowieso. Alles gut, Chris. Was? Räderschein fehlt. So. Wow. Fehlt ja eine Menge eigentlich, ne? Aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ja. Ja. Nee. 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 Was ist das denn für ein Teil? Da kommen wir auch noch nicht hin, ne? Später wahrscheinlich. Und tschüss. Okay. Bin so doof. Mhm. 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 Ach. Ort zur Mitte der Welt. Warum ging das eben nicht? Mhm. Tschüss. Natürlich. Natürlich sind immer über Wasser, wo du reinfällst. Was sind das denn für Gegner? Ah, ja. Das sind Abbildungen von den anderen normalen Gegnern immer. Ameisenrüppel. Schlammschläger. Zack. Oh, der war weg. Der nicht. Naja. Out. Und. Zack. Weg. Und weiter geht's. Mhm. Wir sind jetzt überall so. Ich, ich, ja, ey. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Und alle aueinander ziehen. Zack. Dann. Machen wir das hier. Zack. Zumindest kann er andere nicht angreifen. Ram. Hab dich. Wir haben nur eine Combo gehört. Komm, machen wir das so. Dann ist es wahrscheinlich erledigt. Nee. Einer lebt noch. Natürlich. Ach komm. Dann können wir auch die Combo hinsetzen, ne? Ich mach die hier. Und tschüss. Wir leveln da durch, ne? Kann das sein? Und wir treffen nochmal alle Gegner, die wir getroffen haben. Na klar. Sag ich ja. Zack. Schu. Bi. Du. Dün, 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 dün. Tauschen. Mit mit dir kämpfen. Das ist Orientierung. Aha. Wollen wir mal hundern? Wir müssen auch mal wieder unsere MP aufladen. Ups. Ey, das war echt... Das war sehr schlecht. Sehr schlecht sogar. Und tschüss. Hm, 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 hm. Was? Haben wir keine Karte? Nö. Hm. Dün, 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 dün. Er zeigt Karte an, aber wie kann ich auf die Karte gehen? Kann ich mal aufs Schiff gehen? Dün, 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 dün. Wir sch... Hm, wir sägen also im Himmel oder was? Ah ja. Was? Was war denn das? Okay. Ähm. Ach, wir müssen euch alle durch, ne? What the fuck? Was ist das denn? Die Junge. Was ist das denn? Holy shit. Was haben die denn genau? Was ist das denn für ein Trip? What the fuck? Was ist das denn für ein Trip? Oh, Gott. Ah, Junge. Was war das denn für ein Trip? Können wir hier irgendwie... Nö, wir können hier gar nichts machen, Gott. Was war das denn für ein Trip? Was haben die denn genommen? Wie weit ist unsere Heimat entfernt? Guck mal, selbst der Untergrund da drauf sieht anders aus. Gucken wir mal. Wir gehen auch langsam mit. Okay. Okay. Warnung! Eindringlinge! Wesen aus anderer Welt haben auch ein autorisiertes Geländer betreten. Beginne Eliminierung. Achtung! Achtung! Ja, klar. Wächter. Zack. Äh... Ist die Orientierung. Gieß es, Junge. Äh... Hier. Ah... Du-de-de-du-du... Dele-de-de-dee... De-de-oa-dee-oo... Mhmmm. mhm mhm zack verkiß das Junge ey mhm Mwunderlang aber Junge es geht hier ab Rolle ja es ist ein komischer Trip man hat gesehen, dass es halt nicht mehr Pixel war, sondern mehr qualitativ hoch keine Ahnung dann war das mit einmal maschinell hier so 3 hat er mhm 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 komm wir machen mal an die Combo immer zack natürlich kommen jetzt noch Gegner zwei hat er noch noch einen ist nicht drohen mhm 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 rauschen wieder zu ihr zack vergiss es mir giss es ähm nein Items physisch strudel einmal bitte aufladen mhm mhm oh das ist doch mhm Mist wow das war richtig garotzi ein Schild ah ich treff alle ne so denn das Licht erlösung wow ok oh ho na klar zack klar klar da hat er uns angegriffen hm mhm hm 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 oder na ja ich mach einfach mal das hier na ich hab wahrscheinlich timing besser treffen müssen Tasergriff ouch der Tasergriff ah bitte so Dann war die Anzeige nicht eigentlich grün mit den LP vorher. Oh, das täusche ich mich ja gerade. Zack. Jetzt wird er nochmal drohen. Kann man wieder aufladen? Machen wir das doch nochmal. Dann schaffe ich das aber. Der ist viel zu nah dran. Mist, der ist echt viel zu nah dran gewesen. Diese Schecheelle, ne? Kraftschu. Autsch. Naja. Mh 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 mh. im sonderrang schlag natürlich machen wir das wenn das schon geht dann machen wir das auch okay wir sind erledigt machen wir mit ihr jetzt das schon wieder aufgeladen junge sie meditiert wieder was war denn für ein angriff wir haben gar nichts mehr will ich das orientierung das ist teuer haben wir noch was hier haben wir nicht mehr für die ip kombo naja machen wir das naja ok kann man noch nicht er ist erledigt okay sehr gut hier sieht alles so modern aus nichts davon steht in irgendwelchen aufzeichnungen sie kommt aus der zukunft oder was auch immer ist sie ist ein cyborg willkommen in meiner welt wir brauchen euch dringend wer bitte das wer hätte das gedacht hat zwar erfahre wer serie wirklich ist was serie warum hast du nichts gesagt mir fehlten die richtigen worte werdet ihr geblieben wenn ihr es gewusst hättet also ich ja natürlich ohne dich wären wir verloren gewesen meine welt fiel den flashman zuvor langer zeit zum opfer sie ist völlig verloren über uns produziert die himmelsbasis gemeine wolken wegen ihnen bringen kein sonnen wegen ihnen dringend kein sonnenlicht zum boden und der mond er versenkt ihn in ihm er versenkt ihn im ozean versteht ihr keine verbindung zwischen mond und sonne keine kinder der sonnenwände werdet ihr helfen das weißt du doch wo beginnen wir wir gehen zu mir nach hause ich war viel zu lange fort meine leute sind sie wie ich ja nacheinander verwandelt er uns der fluchte katalysator eine maschine des bösen in den cyborgs auf diese weise von unsterblichkeit verflucht verflucht sich mein volk dahin während der eremit der schmerzen ihre seelen langsam verschlingt serie es tut mir so leid ihr könnt helfen genau deswegen ging ich fort um kriege der sonnenwände zu suchen euch wenn wir die wolken beseitigen kann der mond wieder scheinen dann wäre der eremit der schmerzen verrundbar wir werden deine welt läutern ich schwöre es und ich genauso danke es wird nicht leicht die himmelsbasis zu erreichen ja vielleicht gehen habe es in meine abwesenheit fortschritte gehen wir in meine heimat repien ich werde euch zeigen wofür wir hier kämpfen was ist mit dem flash mensch er haust auf einem fliegenden stück land ich habe keine ahnung wie man dort hin gelangt ok eins nach dem anderen gehen wir zu dir rapien befindet sich auf der himmelblauen insel östlich von hier die alte fabrik könnte eine herausforderung sein aber wir haben schon schlimmeres erlebt also gut ich zeige euch den weg Junge was bleibt da liegen was für eine wendung ist ja auch noch ein cyborg eine art von technologie die form aus licht zeigt mann 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 und nach oben und nach oben auf oben auf oben hin an an auf oben hab so ich ich so ich so ich und ich auch das ist himmelblaue insel alte fabrik so haben wir hier irgendwo was auch rein an der oberfläche im lagerfeuer ist es gemütlich und warm immer so machen immer gucken wie das aussieht danke ich freue mich auf mein zuhause und darauf euch zu zeigen womit wir es zu tun haben was mit sierra geschah schrecklich wir haben gerade keine neue oder die restdorf liegt im osten dieser welt auf einer insel mit blauen sand können wir was kochen die sachen können wir nicht uns fehlt milch nein meine herzhaft obwohl schon pergament das wäre was moment drei davon für mp aufladen noch mal gut dann würde ich was sagen dann würde ich hier erstmal speichern so gut dann würde ich auch sagen werde ich hier die aufnahme brennen das ist aber eine wendung ey mit der welt dass das seereis welt ist aber irgendwas hätte man sich schon denken können man hat ja auch nie ihr gesicht gesehen richtig ne naja na gut dann würde ich sagen dann sehen wir uns das nächste mal wieder bei sea of stars und dann machen wir uns auf dem weg zum seereis zu hause na gut bis dann tschau 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 Amen.